Was haben wir denn hier? Kuba! Iiiiih! Iiiiih! Ah, fuck it! Pokey! Buah! Safe! Fisch! Na gut! What the fuck? Ah! Ob das jetzt so gut war mit er zu speichern ist fraglich! Iiiiix! Hau ab! Blöder Fisch! Ah! Huh! Hau ab! Ja! Ah! Ab draußen kracht's schon richtig! Ich hoffe mal es kommt jetzt mal bald ein ordentliches Gewitter! Ah! Ah! Oh das war knapp! Ah! Ähm! Soviel dazu! Tchuuu! 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 Ah! Schuss! Verpiss dich du scheiß Fisch! 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 Ah! Gott das gibt's doch nicht! Ah! Das gibt's wirklich nicht! Heit! Richtig! Gott sei dank! Ha! 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 Oh! Oh, die Level war eigentlich ganz cool. So, da gibt es noch einen alternativen Ausgang. Ja, vielleicht ist der Schlüssel. Unfinished Bridge. Ja, ich gebe erstmal den Weg weiter. Oh Gott, hier gibt es so viele Wege. Und das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Das ist sogar sehr komisch und... Wenn es noch etwas gibt, was ich mehr hasse als Unterwasserwelten, dann sind es Scrolling-Levels. Warum verbinden wir nicht beides einfach? Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich hasse die Level jetzt schon. Nichts. Dislike. Hau ab. Scheiß Schildkröte. Was ist das denn? Höh. Höh? Na, wir jetzt... Wir hätten sich das anders denken können. Höh. 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 Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Höh. Meine Nerven. Das macht mal nix. Ich warte lieber mal. Ich hoffe mal, das war... Ja. War schon richtig. Ah, ich will da hoch. Oh. Was, 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 was? WTF! Oh. Hä? Madel, du bist viel zu fett. Unter dich, unter dir geben die Plattformen sogar schon nach. Okay, ob das klau... Oh, oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war blöd. Das war dumm. Nein, das war's nicht. Oh. Okay, das war knapp. Schnell. Ah. Ah. Oh Gott. Ich hoffe mal, die Level ist bald zu Ende. No blocks. Yay. Boing. Ah. Haben wir es jetzt geschafft. Es scrollt schon mal jedenfalls nicht mehr. Ah, draußen stürmt es schon. Das ist sehr schön. Ein Geisterhaus. Intangible Haus. Das ungereifbare Haus. Na gut, dann machen wir das noch. Ghost House. Your doom awaits you. Hä? Hä? Äh, whatever. Okay. Na, wenigstens komme ich da rein. Äh. Ja, hau, rein mit dir. Was? Äh. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht sein. Mh. Kann ich eigentlich? Hm, okay. Lass mich raten. Tja, dachte ich es mir schon. Zack. Zack. Ach. Hm. Hm. Doing. Äh. Scheiße. Na gut, dann probieren wir es mal anders aus. Ui. Ja, das hätte ich mir schon denken können. Waa. Kommst denn du her? Hä? 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 I'm confused. Äh, okay. On. Off. P. Rein. Hm. Ach, Gott. Moment. Moment. Hihihi. So. Mal schauen. Hm. Ob das hilft? Ha. What do we have here? Ein Backtrack. Wie schön. Waa. Was hat mich da gerade umgebracht? Das probiere ich nochmal aus. Hm. Hä? Das muss man nicht verstehen, nehme ich an. Wenn ich jetzt das hier anschalte... Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war. Oh nein, ich glaube, das war ziemlich dämlich. Ips. Was war das denn? Ich probiere es erstmal so. Hä? Ähm. 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 Boah. Fähre auf die Schnauze. So. Machen wir das mal an. Schauen wir mal zu unserem freundlichen Geist. Kann ich? Darf ich? Nein, darf ich nicht. Okay. Ähm. Oh nein. Nee. Ah. Achso. Ich glaube, ich sollte einfach das hier mal anschalten. Okay. Das war lustig. Brauche ich den überhaupt? Ja, komm, ich will dich doch noch fotzen. Ich will doch nur... Ich will doch nur... the fucking Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Mmm. Die Zeit läuft mir davon... Off. Rein. On. Hä? Moment mal. Ah, rein mit dir. Ja! Komm her! Äh, das war sehr gut. Ha! Noob. Oh, geiler Block. Für dich! Wee! Ja, das war ganz spaßig, muss ich zugeben. Die Musik ist weg. Giant Tree Forest. Ja, da sag ich mal, das ist die nächste Level, die wir in Angriff nehmen werden. Und ja, bis später. Doppel D, sign in out.